Wir sind jetzt hier direkt kurz vor dem Auftritt von Glasperlenspiel und wir haben noch die Chance, mit den beiden zu sprechen. Habt ihr Vorbilder? Vorbilder auf jeden Fall. Ich erzähle es dir gleich. Ich gebe euch nur mal schnell euren Wollknoll zurück, den ich euch vorhin so ganz gut geklaut habe. Ich habe einfach nicht daran gedacht, ihn euch wiederzugeben. Ja, also Vorbilder. Ich habe früher ganz gern Bibi Langstrumpf gelesen und Bibi Langstrumpf, die hat sich ihre Welt gemacht, wie sie ihr gefällt. Und das hat mich immer total angesprochen. Auch als Kind fand ich das ganz toll. Deswegen ist bis jetzt eigentlich Bibi Langstrumpf mein Vorbild. Und was ist, wenn Vorbilder missbauen oder was falsch machen? Ja, wenn Vorbilder missbauen, Vorbilder sind eben deswegen Vorbilder, weil sie einem was vorleben und weil man genauso sein möchte, wie sie sind. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass Vorbilder moralisch korrekt sind, also dass sie einfach richtig handeln und uns das Richtige vorleben. Und das führt dann immer dazu, wenn man selber ein Vorbild hat und dieses Vorbild missbaut, dass man das dann auch nachmacht. Und das ist natürlich nicht so toll. Ja, und seid ihr euch dieser Verantwortung bewusst? Weil vielleicht seid ihr auch für manchen Vorbild. Ich glaube, also ich glaube, der Verantwortung muss man sich immer bewusst sein, wenn man so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht und einfach auch Musik macht, die viele dann anspricht. Und ich glaube, wir versuchen da auch tatsächlich immer auch Vorbilder zu sein und zu sagen, okay, das ist so Carolin und Daniel und das sind 100 Prozent wir und das sind wir nicht verstellt. Oder das machen wir jetzt aus einem anderen Grund heraus und versuchen das dann tatsächlich immer uns selbst einfach treu zu bleiben, dass wir uns selber auch tatsächlich noch im Spiegel angucken können. Ja. Was würdet ihr Kindern raten, die zu Castingshows gehen? Habt ihr irgendwelche besonderen Tipps? Kindern, die zu Castingshows gehen, das finde ich an sich ein schwieriges Thema. Ich meine, wenn man das wirklich als Kind sagt, man möchte das unbedingt machen. Es gab ja auch zu meiner Zeit, ich weiß gar nicht, das kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr, die Mini-Playback-Show. Kennt ihr das noch? Das war so ein, da durften Kinder immer auftreten und tolle Lieder performen auf der Bühne. Aber ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass wenn ein Kind dahin geht, dass es einfach noch Kind sein kann. Dass es einfach ganz normal in die Schule geht, ganz normal seine Freunde hat, draußen spielt und alles Mögliche macht, was ein Kind so macht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man dem Kind dadurch nicht die Kindheit raubt. Und wenn man da wirklich hingehen will, muss man das, glaube ich, einfach als riesengroßen Spaß sehen. Also einfach zu sagen, hey, ich bin einfach dabei und das ist, glaube ich, das Coole dabei. Und egal, ob das jetzt was wird oder nicht, ich habe meinen Spaß mitgenommen und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ab welchem Alter so ungefähr vielleicht, wenn ihr es so empfehlen? Boah, das ist sehr, sehr schwer. Also das ist so, also wenn man da einfach, glaube ich, ganz wichtig ist, glaube ich, wenn man als Kind selber sagen kann, ich habe da Lust drauf und ich will das selber probieren und dass es nicht ein bisschen so gezwungen wird, wenn man sagt so, also wenn die Eltern einen ein bisschen dazu drängen. Ich glaube, man muss es selber wollen und dann ist es auch immer das richtige Alter, wenn man da selber dafür bereit ist. Also ich meine, ich glaube sogar, dass jede Castingshow hat ja auch, glaube ich, die Regeln ab 16 erst, darfst du da generell erst mitmachen. Und das ist so, glaube ich, erstmal ein ganz gutes Startalter. Und auf was sollten denn Erwachsene achten, wenn Kinder gern berühmt werden wollen? Da musste ich jetzt meine Eltern fragen. Ich habe denen schon immer gesagt, dass ich irgendwie auf der Bühne stehen will und die haben das auf jeden Fall immer unterstützt. Also sie haben mir nie gesagt, ja, das ist ein blöder Traum, schmink dir den ab. Sie haben immer gesagt, hey, wenn du das machen willst, dann versuchen wir dich so weit es geht natürlich zu unterstützen und auch zu sagen, okay, aber erst muss man auf die Schule konzentrieren. Das musst du auf jeden Fall fertig machen, ansonsten kannst du keine Musik machen. Und ich glaube, das war der richtige Weg. Also ich glaube, es ist immer ganz wichtig, eine solide Ausbildung zu haben, gerade auch sich das bewusst zu machen und danach dann einfach mal auch auszuprobieren. Ist das das Richtige für mich? Caro, wolltest du als Kind auch schon Sängerin werden? Ja, ich wollte tatsächlich auch Sängerin werden. Ich habe so diverse Lieblingsbands gehabt und Sängerinnen, die ich immer toll fand. Ich wollte eigentlich auch schon als Kind immer auf der Bühne stehen und war auch schon damals im Chor. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht und ja, es war eigentlich schon ganz lang mein Traum. Und jetzt bist du Sängerin und dann sollte man ja immer freundlich und hübsch sein. Fällt dir das manchmal schwer? Ja, also gerade wenn man so auf Tour ist, muss ich sagen, wenn dann immer wieder Fotografen oder Kameras da sind und man hat vielleicht einfach Lust, ungeschminkt und einfach in der Jogginghose rumzulaufen. Man muss sich aber trotzdem immer ein bisschen schön machen für die Kameras so. Man hat da natürlich nicht immer Lust drauf. Oder auch abends, wenn man auf die Bühne muss und man denkt sich, heute würde ich einfach mal gern irgendwie ein Buch lesen am Abend oder mich vor den Fernseher setzen, einfach nur in Jogginghose. Das geht dann natürlich nicht, aber es gehört halt einfach auch zu dem Beruf dazu. Ja, und wenn jetzt so ein Konzert war und es dann vorbei ist, kein Applaus mehr, an der Stille ist man dann von einer Sekunde auf die andere wieder ganz normal und so. Ja, es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man gerade auf der Bühne war und dann runterkommt und dann ist alles eher wirklich auch leise. Das kommt einem so ruhig auf einmal vor und dann kommt man natürlich schon mal runter und ruht sich erst mal so ein bisschen aus. Und es ist eigentlich ein cooles Gefühl. Es ist eigentlich noch sehr aufgeregt und aufgedreht eigentlich. Das dauert immer so ein paar Stunden, auch wenn man im Hotel ist, bis man dann wirklich runterkommt und dann auch mal schlafen kann, sozusagen. Aber ja, es macht auch eine Menge Spaß, denke ich, einfach auf der Bühne zu stehen. Und wir sind froh, dass wir das so machen können, wie wir das machen können. Und glaubt ihr, so ein Leben als Star würde später auch mal mit Kindern gehen? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Es machen ja viele so. Ich muss sagen, für mich wäre das, glaube ich, nicht. Also dann immer noch, man will ja dann auch bei seinem Kind sein und dieser Beruf beinhaltet einfach, dass man ganz viel unterwegs ist immer. Und entweder man nimmt dann die Kinder mit, was ja bestimmt auch nicht so schön für sie ist. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man geht dann irgendwie in die Schule, hat da seine Freunde und dann stattdessen ist man irgendwie mit jemandem unterwegs immer. Das geht ja auch nicht und deswegen könnte ich mir das eigentlich für mich jetzt so und wenn ich mal Kinder haben sollte, auch nicht vorstellen. Ja. Ihr schreibt ja eure Songs selbst. Haben euch auch schon Kinder dazu inspiriert? Wir haben tatsächlich mal, als wir angefangen haben, mit Hänsel und Gretel quasi zusammenzuarbeiten, hat uns dieses Thema inspiriert, um einen Song zu schreiben, tatsächlich. Und da haben wir den Song geschrieben, Wenn sie träumt. Der ist auf einer quasi Single-Release-Bonustrack-Geschichte drauf. Und das war einfach so, ja, ich glaube, man muss sich den Song einfach anhören und er erzählt einfach alles, weil das ist so. Uns hat das inspiriert, wie einfach das Bewusstsein geschaffen wird, also das Kinderbewusstsein bei Hänsel und Gretel und dass man auch einfach die Welt mal mit Kinderaugen sehen muss. Und ja, also ich glaube, es ist ein sehr schöner Song geworden. Also mir gefällt er auch sehr gut. Und was ist Kinderbewusstsein für dich? Wie schon gesagt, ist Kinderbewusstsein eigentlich genau das, dass man einfach die Welt durch die Augen von Kindern sieht. Also dass man einfach sagt, ein Kind muss Kind sein können, ein Kind muss auch die Kindheit haben können. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, dass tatsächlich ein Kind einfach die Welt ganz anders sieht wie ein Erwachsener. Warum seid ihr Botschafter für Hänsel und Gretel geworden? Weil ich glaube, oder für mich ist es auch so und für, glaube ich, auch ganz viele Menschen, dass Kinder einfach was ganz, ganz Wichtiges sind, weil das die Zukunft ist. Und deswegen haben wir, wurden gefragt, ob wir uns dafür einsetzen wollen. Wir haben da auch gar nicht gezögert. Wir wollten auf jeden Fall mitmachen. Und wir haben auch diverse Aktionen mitgemacht und haben unter anderem, weil wir an unserem Merch-Stand, also da, wo unsere T-Shirts verkauft werden und so Drumsticks, da haben wir die Drumsticks immer, wenn sie verkauft wurden, quasi einen Euro an die Hänsel und Gretel Stiftung gespendet. Und wenn ich das schon anspreche, gibt es jetzt hier auch noch einen Check für Hänsel und Gretel. Und den könnt ihr dann gleich mitnehmen. Genau. Danke. Danke. Sehr gerne. Also wir haben genau gesagt, das sind unsere eigenen Drumsticks und die haben wir selber entworfen mit unserem Drummer zusammen. Die gibt es auch tatsächlich nur bei uns und haben gesagt, also jeder, der so ein Drumstick kauft, der bekommt, da bekommt, also ein Teil wird dann quasi gespendet und deshalb heute der Check. Oh, danke. Kriege ich die Drumsticks mal? Aber natürlich, du darfst sie sogar behalten. Danke. Die sind echt so cool. Aber eine Frage hätte ich noch, gibt es so, wenn man an den Buchhof denkt, so ein Star ist, auch negative Seiten? Ja, auf jeden Fall. Also die eine hast du ja selber schon angesprochen, dass man immer, ja, man muss immer vor der Kamera präsent sein, egal wie man drauf ist, auch wenn man schlechte Laune hat mal. Und man ist natürlich sehr viel unterwegs. Man ist selten zu Hause, man sieht die Familie selten, die Freunde selten. Wir sind natürlich mit einem tollen Team noch unterwegs. Da sind ja auch viele Freunde mit dabei. Aber so diese Basis, die man zu Hause hat, die fehlt einem dann schon. Dann hat man schon manchmal Heimweh. Ja. Danke für das Interview. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank,筑 Vielen Dank.